Hi zusammen, Fabstof hier. Ja, willkommen zu einem neuen Video. Ja, Plarium hat uns gerade mitgeteilt, welches 10-fache Event am Wochenende ist und gleich noch hinterher den nächsten Kopf der Hydra oder des Hydra-Clanbosses vorgestellt. Fangen wir mit dem 10-fach an. Dieses 10-fach dreht sich, ich würde sagen, um Turnmeter, denn es sind die ganzen Champs, die dort verfügbar sind, drehen sich einfach ums Turnmeter. Ich würde sagen, wir gehen sie mal kurz durch und zwar haben wir als ersten Champ, jetzt bin ich da, Blindzieher. Sie ist gut. Sie ist gut. Sie hat einen extrem hohen Base Speed. Sie hat auf der A1 die Möglichkeit, das Rundenmeter zu lernen mit einer 40% Chance, tripplet jeweils um 15%. Das ist nice. Also für mich sehr gut. Oder es sind Champs, die sehr schnell sind. Könnte auch sein, 115 Base Speed. Mal gucken, wir gucken uns die anderen Champs nur an. Also, bei ihr ist das Kid Super. Sie ist ein Super-Carrier. Also die A1 hat Rundenmeter, die A2-Blocke-Debuffs auf 3 Runden mit 2 Runden-Uptime. Das ist sehr selten. Plus Schild. Auch sehr nice. Und die A3 kann auf 5 Runden CD alle Toten wiederbeleben mit 25% LP und gibt ihnen eine Runde-Blocke-Schaden-Buff. Dazu eine gute Aura in allen Schlachten. Die Defense um 34%. Dazu noch halbwegs gute Stats. Guter Champ. Nächster Champ, der verfügbar ist bei diesem 10-fach, sind eine ganze Menge, ist Lady Kimmy. Auch sie ist sehr, sehr schnell. 115 scheint wahrscheinlich auf die schnellen Champs zu treffen. Ja, also Lady Kimmy hatten wir vor kurzem im ersten Video. Gute Base-Werte. Ich finde den Champ gut. Hat einen super Kid. Kann den Gegner decreasen mit Speed. Kann einen Genauigkeitsfränger applyen. Kann uns einen Genauigkeitssteigerer und Geschwindigkeitssteigerer verpassen. Sie bekommt Rundenmeter, wenn der Gegner sich bufft. Und der Punkt ist einfach ein super Champ. Und die A1, seht ihr hier, der zweite Treffer hat eine Chance von 60% das Rundenmeter des Ziels zu senken. Punkt. Guter Champ. Sieht es auch an der Bewertung. Ja, also der Champ, ich finde ihn sehr, sehr gut. So, dann, also der Champ ist auch gut, tatsächlich. So, dann haben wir Lysandra von den Hochelfen. Auch sie. 110 Base-Speed. Ein geiler Champ. Immer noch, ja. Ja, sie ist ja auch schon sehr, sehr lange dabei. Wenn nicht sogar von Anfang an. Man sieht es ja an den Werten. Auch das Top A1. Kann sie, überträgt sie alle Debuffs, die sie auf sich drauf hat. Auf das Ziel mit genug Genauigkeit. Sie hat das Rundenmeter vollständig mit der A2 auf drei Runden CD. Und sie hat einen Geschwindigkeitssteigerer, der den Gegnern 30% Termmeter klaut. Und euch 30% Rundenmeter gibt. Dazu einen guten Base-Wert. Gute LP-Werte vom Base-Wert. Und die Fans so passt, ja. Die mit Genauigkeit und schnell. Und sie ist ein wahres Monster. Ein sehr, sehr guter Champ. Kommen wir zu dem in dem Pool, der okay ist, aber jetzt nicht die Welt. Ist Nassel. Okay, der ist sehr langsam. Also wird es wahrscheinlich auch um die Termmeter Champs gehen. Die A1 hat die Möglichkeit, Gift zu applyen. Das funktioniert relativ gut. Aber es können jetzt auch schon andere Champs mit bedeuten. Weniger Anforderungen an Büchern. Epische, seltene, was auch immer. Dann haben wir die A2. Greift alle Gegner an. Bietet eine Chance von 75% allen Feinden einen Lähmungs-Debuff zu verleihen. Das ist sehr, sehr nice. Verleiht zudem für zwei Runden einen Geschwindigkeitsverringer-Buff, wenn das Ziel nicht einen Lähmungs-Debuff unterliegt. Also eins von beiden wird applied. Auf vier Runden CD. Der Coulon ist relativ hoch. Und wir haben, auf vier Runden CD greift alle Gegner an und senkt das Rundenmeter aller Gegner um 75%. Also, es dreht sich ums Turnmeter. Er ist okay. Er ist schon lange dabei. Ich persönlich finde ihn halt vom Base-Wert zu langsam und die Stuts sind auch nicht mehr zeitgemäß. Aber er ist, wenn man ihn bekommt und hat ihn noch nicht, auf jeden Fall kein schlechter Pull. Dann haben wir Sylar. Wenn wir sogar Sylar hier drin haben. Nee, Sylar ist Dunkelöfen. Dann gehen wir zu Sylar. Sylar selber ist, er wird auch ein bisschen unterschätzt, ne? Sie im Stunt-Set sehr schnell, macht richtig viel Spaß. Die A1 ist nämlich ein AOE. Die A2 ein AOE. Dazu applied sie Genauigkeitsverringer mit genug Genauigkeit auf drei Runden CD. Ist ja nice. Und die A3 verleiht allen Gegnern für zwei Runden Geschwindigkeitsverringer-Debuff und senkt das Rundenmeter um 40%. Dazu eine Speed-Aura für die Fraktionsgruppen. Ist ja nicht ganz so wild, aber gutes Kit. Passt. Kommen wir zu einem Top-Tier-Epic. Also, in meinen Augen ein absolutes Monster. Deacon Armstrong oder Deacon Armstrong. Super Kit. Auf der A1 einfach zwei Treffer. Nichts Besonderes, ein bisschen Leech. Aber die A2 Rundenmeter-Decrease. Äh, Quatsch. Applied Defense-Decrease zu 100% für zwei Runden auf drei Runden CD. Das ist nice. Und wir haben die A3. Füllt das Rundenmeter aller Verbindeten um 15%. Senkt das gegnische Rundenmeter um 15% und gewährt eine Zusatzrunde auf drei Runden CD. Das heißt, dieser Skill hat dann zwei Runden CD im Prinzip, weil er sofort wieder drankommt. Dazu noch eine Speed-Aura in Einschlacht mit 90%. Gute Base-Werte für die Geschwindigkeit ist super. Top. Super Champ. Clan-Boss-Team. 2 zu 1 Teams. 3 zu 1 Teams. Wird man ihn sehen. Oder sieht man ihn schon. Super Champ. Also auch ihm kann man sehr gut gebrauchen. So, und dann haben wir noch zwei Champs. Das wäre Chatterbone und Amina. Ja. Die wollt ihr nicht haben. So. Lass uns mal ganz kurz. Wollen wir uns wieder nicht unter euch in Länge ziehen. Wir haben jetzt die Champs, die für mich wichtig sind. Dann gehen wir zu der neuen News. Und wir switchen auf, wo ist er da? Bum, bumm. Und bub. Da ist der neue Kopf. Der Hydra. Head of West. Das ist der letzte Kopf, der jetzt rauskommt. Moment, ich kann es mal ein bisschen kleiner machen, dass wir vielleicht alles lesen können. Oder? Wäre vielleicht gar so schlecht. Da machen wir es richtig. Ich mache es doch gleich richtig. Oh, das war ich. Das wollte ich verschieben. So. Also, der Hydra-Kopf. Das ist jetzt der vierte und vermutlich auch der letzte. Also ich glaube, es sind vier Köpfe, wie wir einfach vermutet auf dem Bild. Kommen wir zu A1. Also der Kopf greift alle Gegner an und vergibt einen Angriffsverringerungs-Debuff. Oder Attack-Decrease-Debuff. Für zwei Runden. AOE. Dann Passive-Effekt. Jeder Hit, den er bekommt, increased den Wengance-Counter, was auch immer das für ein Counter ist, um 1. Und wann immer dieser Counter 15 erreicht, vergibt er einen Wengance-Buff und einen Block-Debuffs-Buff und einen 15% Reflect-Damage-Buff auf diesen, also ihn selber, für eine Runde und greift dann alle Gegner an. Der Wengance-Buff, wir wissen nicht, was das ist. Das ist leider schade. Jetzt muss ich gerade mal gucken, kurz was. Moment. Ich gucke mal, schon nachgefragt wurde. Was genau der machen soll. Ich gucke gerade mal im Discord. Ich gucke mal schnell suchen. Nö. Also im Prinzip ist es, ja gut, lassen wir es mal. Also würde es wahrscheinlich eine ganz normale Rache sein, dass er dann irgendwas macht. Also ist wahrscheinlich ein Rache-Buff für ihn persönlich. Also der würde nicht in dem Spiel finden, so wie ich das verstehe. Ja, und dann hat er natürlich einen Geköpft-Effekt, also wenn er dann abgeköpft wurde oder besiegt wurde. Infliegt Damage, also der Damage auf alle Köpfe, wann immer dieser Heat geköpft ist. Also er macht Damage auf alle Köpfe, wann immer er geköpft ist sozusagen. Oder er besiegt ist. Und wenn dieser Kopf geköpft wird, wenn er unter einem Rache-Buff liegt, wird der Damage auf allen Köpfen erhöht. Und dieser ist 25% Leech-Debuff auf alle Köpfe für zwei Runden. Okay. Also der ist ja eher negativ für den Boss. Das heißt, wenn wir den besiegen und er war unter einem Buff, können wir den Damage steigern. Okay, mal gucken. Dann haben wir die A2. Greift alle Gegner an. Applied einen Provoke-Debuff für eine Runde und vergibt einen Angriffssteigerer-Buff auf diesen Kopf für drei Runden. Okay. Gut, Provoke ergibt Sinn. Dann wird er angegriffen und immer wenn er angegriffen wird, steigt er seinen Rache-Counter um eins. Ja, und dann hat er noch den allgemeinen Passiven. Wieder AOE-Tags um 10%. Max LP maximal 10%. Gift ist nicht reduziert, aber LP-Bomb wieder auf 20.000. Und Giant Slayer Mastery und so weiter wieder um 50.000. Man sieht es auch hier wieder. Stun, Freeze, Sleep, Provoke, 2-4-2. Das eins, was da nicht drin steht, ist Speed Decrease. Ist mir gar nicht aufgefallen. Das wird bei den anderen Köpfen auch schon so gewesen. Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall haben wir jetzt, äh, ja, ja. Frage, würde ich jetzt auf dieses Event gehen? Nein, ich würde auf dieses Event nicht gehen. Das 10-fache Event. Ich würde mir das sparen. Vor allen Dingen, ich sage jetzt mal so, es kam schon lange keine neuen Champions mehr. Vielleicht kommen bald wieder welche. Wir werden sehen. Und zum Hydra-Kopf, was ist eure Meinung? Jetzt haben wir alle vier, ich glaube, das waren alle vier, äh, gesehen. Und, ähm, ja. Ich hoffe, dass ich euch damit dann alles sagen konnte, was aktuell wichtig ist. Falls ihr was Neues gibt, meldet mich. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Stream oder im Video. Bis dann. Euer Fafschdorf. Ciao, ciao.